Ich will mir mein erstes Auto kaufen. Soll ich ein Elektroauto oder lieber eines mit Wasserstoffantrieb nehmen? Die Wahl eines Fahrzeuges mit regenerativen Energieträgern oder auf die Zukunft gerichtet kann wahlweise batterieelektrisch oder brennstoffzellenbezogen ausfallen. Entscheidend ist die Frage, welche Streckendistanz und welche Kosten. Daraus leitet sich für Sie das ideale Fahrzeug ab. Beide technologischen Möglichkeiten sind heute bereits verfügbar. Vielen Dank, Herr Wörner. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.